...der Männer, er rangiert im Moment noch mit 84,38 Meter auf Platz 4. Na, jetzt liegt der Schwer doch wesentlich besser. Es dauert halt ein bisschen, bis die Athleten sich eingestellt haben auf die ungünstigen Windverhältnisse. Aber was soll's, sechs Versuche hat man ja Zeit, hat man ja die Möglichkeit, die beste Weisen. Beim Abwurf ist der allemal exklusiv. Und ich meine, er hat sich deutlich verbessert. Ob es reicht, sich in der Rangfolge zu verbessern, das ist die Frage. Denn Pusty liegt auf Platz 2 mit 87,40 Meter und der Britte Oddly liegt auf Platz 3 mit 87 Meter. Ja, 87,34 Meter. Ich werde zurück.